hallo da sind wir wieder zurück zur bären taktik und wir haben direkt bam und bam das macht uns glücklich gell jonas ja so jetzt wieder allen tors hitten und wir gewinnen die runde wie geil ist auch dann so glücklich ein tor hinten oder jetzt ein bär oh mein gott kommt beides einfach und trotzdem verloren was das wüst ich habe aber auch anfangen zu sagen und es bringt das gar nichts um das ist jetzt dumm aber jetzt haben wir viel ok leistbaren ja noch einen dann sind wir quasi durch letztes auch schon bären das ist und die runde gewinnen wir es werden oder doch nicht ich habe mich auch wichtig und ab jetzt schild und so war es für zwei runden noch gern bei iron tower und wir können das sparen liebe das crazy eigentlich die anfangs süd ist echt die einzige hüte hürde hürde und wir noch zwei kronen falls wir später einmal aus den verkacken also gleich so und es ist acht oder neun verkackt man manchmal den dann durchkommst so rein und auch jetzt wird die upgrade 22 gold für können jetzt ein bär drin und dann direkt ein slime hinten das wird übel krank oh mein gott ok das crazy ein bär in runde 6 wir können jetzt so viel rollen auf noch mehr slimes oder bären das ist eine crazy runde das ist dann wieder hierhin die mit dem slime fressen wir perfekt jetzt aber runde 7 essen wir schon auf drei slimes guck dir das jetzt an drei bären auf drei bären das ist nicht alter was ist denn hier los und die runde ist gut weil die wahrscheinlich dass wir jetzt in zwei mitten das ist relativ gering und dafür können wir den jetzt rufen weil deshalb bringt sowieso nichts damit der suche im weg stehen und da wird er jetzt nicht besser dass die machen machen jetzt weg damit das haben wir in runde 83 starke bären müssen direkt auf noch mehr bären gehen dass wir nach dem boss wieder durch slime slimen können ja der move ich glaube unsere korte also alles über 100.000 ein leben wert für ein bär auf jeden fall rekord glaube ich das heißt darauf gehen wir ganz lange kreis jetzt wobei vielleicht ein bär besser sogar egal noch ein slime das war lucky das war crazy vierhunderter bären und es ist nicht mal die boss runde zu spielen wir können auf den slimes land werden ich glaube nicht die selben belassen jetzt weil es ist ein bär ding viel besser mehr wert so machen wir nichts weil wir gar kein gold was ist das und es kommt nicht die gold google so nächste runde wir gehen rein und das leckt ob wir da sehr gut eigentlich mal können die gewinnt mit der waffe kommt auch nicht regenschirm am ende vor allem die gewinnen weil der regenschirm scheiße ist während die runde so wichtig ist die als eine von die muss man immer gewinnen und das reicht derzeit aber genau und ich weiß was richtig jetzt haben wir wenn wir es die nächste runde das schon hinten ist ins heim ja sie doch gewonnen jetzt so jetzt sorry bro haben wir zwei runden zum skippen das ist ins heim das ist richtig ins heim bam bam und bam so wenn es ein bär kommt selbst wird hier natürlich kommt keiner weitermachen die bären taktik ist crazy du musst jetzt okay bitte jetzt werden also gleich noch nicht sogar noch zwei oder oder kann mir schon noch die runde bitte jetzt ich will jetzt drei okay vier bären will ich kommt hier in einer in einem roe ding und dann nächste runde ins leim nie die ich will ganz viele bären und dann am ende zwei slimes und dazwischen noch ein bär so eine gold upgrade so jetzt ein bär bär schon komm schon machen wir auch hier hin weil der wird gefressen so dann haben wir es halt schon verdoppelt weißt du nein das war gut clean entscheidend von mir die ich hier treffe schon so jetzt noch ins leim und dann noch ein bär und dann ist auch gut dass ich durch den alter nach hinten setze weil es ist cool lustig so jetzt so ein bär aber ab jetzt wenn es leim schon okay deswegen jetzt noch auf 10 richtig der ding sprang der ring sprackten hätte ausgelten von meinen teilen alte was ist das sind nice one hit one hit two hit one hit jetzt noch ein bär kommt schon bär und dann slime und bär alles gut denkt den das ist wichtig dass sie dass sie die regeln schule weg denken weil es gibt glaube ich die runden viel besser und geht er auch zwei jetzt der hat auch noch zu jetzt geht ich denke ich doch nicht besser weil der und jetzt hätten wir noch wenn die drei hängen wäre es jetzt vorbei so jetzt jetzt wird es richtig wild gesagt bin ich behindert ist ja richtig wild zwei bleiben wie viele rias kommen denn slime nicht mann bär nicht und die runde könnt wir ja drinnen weil auch einfach so ein ding einfach als erstes kommt jetzt an die heftig derzeit 2 3 2 3 jetzt wieder weil wir sowieso verloren holy modem lieb oder aber jetzt haben wir noch ein klein bitte jetzt ein slime jetzt auch stehen nicht so eine post aber jetzt muss ein bär setzen wir trotzdem weil noch haben wir auch auf der setzen werden verkauft weil man muss verkaufen aber gleich kriegst du dann slimes jahrhundertprozentig viele bären die es schon die ganze zeit mit stecken ist eigentlich nur das so ist glaube ich okay ich bin es krass wie knapp ist man trotzdem aussieht also jetzt nicht ein bär weniger hätten da wäre es nicht schon knapp so schlimm das teil ist dass ich noch zeigen weil jetzt kommen mehr bessere also mehr rares mann sind so kranker run auch wieder weil egal wo man spielt das op wir hätten jetzt okay mit dem da kann ich doch übel rein lacken muss ich sagen ich glaube wir können dann spielen wir können übel rein lacken noch ich müsste den bär was wir jetzt mit dem slime eigentlich nichts oder wie ich so durch hier hin weil wir hier jetzt kann ich die für von den slimesitzen runde ich ruhig mal aus weil das macht mehr mehr rares und ankommt das ist gut da steht mehr rares und ankommen zum shop ja guck man es war nicht weil das das geupgradet hat die rarity ist aber auch nicht ist aber nicht das erhöht nur die wahrscheinlich nur dass es öfters kommt ich glaube ich ja steht ja hier oder nicht ja 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 ich weiß nicht warum ich gedacht hab guck wann doch es geht klar ich glaube wir können es trotzdem jetzt holen obwohl die slimes useless sind man so jetzt wieder eine lube so was wollen wir jetzt ach so ja 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 doch doch ich werde wieder weg und das ist das ding glaubst du auf den slime art in der vater müssen überlegen jetzt aber doch wird so als der slime sieht mir gerade so crazy ist es nur noch die bären jetzt hier drunter hauen und dienstlöcke verkaufen dem kreis also nicht jedoch einsetzen dass wir noch eigentlich so wenig gold aber die eins kommen crazy holen die sind so richtig was ich hätte kaufen können die runde wäre vielleicht sogar smart gewesen weil wir haben jetzt warte stopp ich muss das überlegen gucken oh mein gott was geht ab wir hätten jede runde einfach einen free slime soll ich doch nur noch ein bär wäre ok warte aber wer hätte es klappen können bam 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 jetzt habe ich schon drei und krasse bären jetzt müssen wir mehr bären hätten wieder obwohl es egal doch bären hätten und da fehlt jetzt die remover stings obwohl auch wenn es dann kommt dann obwohl wir haben noch und wir noch viel rüber hier rüber die rüber die runde sein geht es gar nicht nein er wird uns weg genommen aber trotzdem die müsste tun weil wir so wenn wir den slime dann schon gerne naja belastend aber ich habe mir doch ein bär lügen müssen egal egal ich habe es nicht nachgedacht man jetzt in zwei menschen unter 18 also ich noch mal jetzt und 18 da kommt oder 19 dann kommt boss oder da kommt runde 20 dann kommt boss da kommt runde 20 ist boss also ich richte schon so also die runde leute verkaufen dann kommt 20 verkaufen und dann noch mal nach dem boss verkaufen das heißt vier bären können noch weg machen und wenn wir das level ab kommt noch ein und wir spielen jetzt auf das level up das wollen jetzt wir wollen jetzt auch noch ein bär und das ist gar nicht so schlecht jetzt ist ehrlich bei den stärksten bär und wir wollen doch die ruhe war jetzt nur bis eigentlich nichts hätten wir müssen nichts hätten aber die setzte so schlecht geht eigentlich wenn die drauf gehen und dann noch mal trau als verdoppelt sich immer wäre denn das stimmt wenn man ein verkauft dann warte kann man schon das boss nie ne heißt die runde die vorbossrunde und dann nach der boss und wir können auch drei rum und dann aber noch ein wenn wir das level bekommen und darum spielen wir es wegen noch ein bär tatsächlich weil da können wir in zwei slimes hitten an die wie war ich das ich glaube nicht dass wir schaffen zwei slimes hitten mit dem gold allein wo wir können die google ist doch da doch also falls nicht check was ich meine leute ich würde jetzt also hinsetzen einen verkaufen den stärksten und dann gleich noch eine runde dann haben ja also dann steht hier noch vier bären haben wir gleich noch eine runde und verkaufen wir den und dann haben wir noch zwei bär und die zwei bären könnten wir mit zwei slimes rufen und in den bär mit dem lab level tröster danach kommt dass wir beide progt das können wir schaffen deswegen setze ich den hin und verkauf den bären so jetzt mache ich gleich den weg und damit sich kann ich hier zwei machen jetzt muss ich kurz überlegen ich glaube die bären stehen schlecht wenn wir hier uns da hin machen und hier dann bindet auch wenn doch beides eigentlich will ich die runde nicht mein slime weil gleich kommt die sowieso ja jetzt jetzt wir morgen nächste und das land gehen und wird dann haben wir gleich sowieso dann haben wir auch gleich gut gold für zwei slimes und wenn das level abteil kommt dann geht sich das aus ganz wichtig alter und zwei zwei slimes in drei rolls ein haben wir so weit über das mal auf welchen bär machen wir es dann über 250 kam aber es geht nicht mehr so viel auf den drauf dann 45 kam noch das ist echt nicht so viel aber ohne gus ohne gus steht mal ohne gus mit noch ein zwei runden die wir mehr gemacht hätten wenn wir am anfang bitten ob ein zwei runden kein gold einfach so und da musst du halt dumm remover obwohl wir werden ich hatten aber jetzt noch jetzt erstmal welche aber trotzdem die beste bären runde die du hattest den ich glaube nicht doch das werden also die 50.000 also ich habe nur mit 90k leben auch wirklich naja gut da war ich nicht aber guck das ist ja okay jetzt ist halt die zwei noch mal und wenn man dann spielt wenn man auch mit der einen runde dann hat man direkt nochmals doppelte aber es war echt eine geile runde jetzt schon bam bam jetzt muss man halt dann noch was für schade ich habe irgendwas verkackt schade aber gute gute runde danke fürs zu gucken und wir sehen uns nächstes mal